Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu diesem Video Gameplay vom Update Server, also dem PTS Server, Update 092 haben wir hier drauf und wir wollen euch mal so ein bisschen zeigen, was euch erwartet. Wenn ihr durch die Lok im Bildschirm durch seid, dann landet ihr wieder hier, tägliche Lieferungen, europäische Tarnungen sind jetzt dann neu mit dem Update 092, die bringen euch dann Credits und EP-Gefecht, da ist es immer ein bisschen anders als bei den Italienern jetzt als Beispiel, da gab es ja dann Free XP und Kapitäns-EP, es gibt europäische Container, da können besondere Sachen drin sein, aber es gibt eben auch, das sieht man erst ganz unten, Container für King of the Sea, das Event findet ja im März statt, quasi wieder die halbjährliche Meisterschaft, Weltmeisterschaft kann man ja eigentlich sagen, am Ende geht über mehrere Wochenenden und am Ende steht dann der Sieger weltweit fest. Gut, dann sind wir hier im Hafen, der super mega genial ist, wenn ich mir das so angucke, die Atmosphäre kommt super genial rüber, eine Scharnhaus in Schneeweiß sieht hier übrigens auch richtig mega aus, ja, es wird auf jeden Fall mein neuer Lieblingshafen sein, ihr werdet jede Menge Schiffseinweisungen und so weiter von hier aus sehen, da bin ich mir ganz ganz sicher, ein europäischer Hafen, absolut toll, hier mit der Ju auf den Pontons, irgendein Haus rührt mir hier aus, da wohne ich dann vielleicht ein Stückchen weiter außerhalb, das würde mir ganz gut passen, der ruhigere Typ vielleicht, und dann gibt es hier natürlich die Mega-Tarnung, sieht richtig cool aus, wie ich persönlich finde, wobei ich ehrlich gesagt gedacht hätte, dass irgendwas mit Blau und Gelb auch dabei sein wird als Alternative. Mal schauen, vielleicht bringen sie ja noch irgendeine Premium-Tarnung, die sie noch nicht angekündigt haben oder so, aber ja, so sieht die Friesland in der europäischen Tarnung aus. Dann gucken wir uns mal an, was in so einem Container drin sein kann, an denen ihr euch entweder durch den täglichen Lock-In-Bonus oder eben durch Direktiven erfahren könnt. Es wird wieder vier Direktiven geben, die Menge Aufgaben, vier Aufgaben, glaube ich, müsst ihr erfüllen und dann bekommt ihr immer die Bonis, da sind dann Tarnung und europäische Marken drin. Ja, die europäischen Marken, die könnt ihr sammeln und dann in die Waffenkammer damit gehen. Dann seht ihr die da oben angezeigt, ich habe jetzt hier 100 Marken, geht auf die Seite, da die European Navy heißt er hier noch und könnt diese dann einlösen. Gegen Signalflaggen, gegen Credits, gegen Ahnung und gegen Premium-Spielzeit. Was jetzt hier noch fehlt, ist, es wird wohl auch für Dublonen eine Möglichkeit geben. Zumindest war es in dem Work-in-Progress-Artikel, so angekündigt im Development-Blog bei Facebook. Also muss man davon ausgehen, dass das irgendwie kommt. Hier oben ist noch der Hauptreiter, wo ihr aktuell hier auf dem PTS nur für 1000 Dublonen diese ganzen Pakete hier freischalten könnt, aber es könnte eben, oder es wird auch so sein, dass es eine Option für europäische Marken gibt und darüber hinaus könnt ihr dann natürlich auch die pan-europäischen Zerstörer im Vorabzugang bekommen, von der Stufe 5 bis zur Stufe 9. Ja, also eine Stufe weiter, wo ihr diese Sachen nacheinander freischalten könnt. Ihr könnt aber nicht zuerst den T7 und dann den T5 DD ziehen, sondern es geht sukzessive. Ihr müsst T5 haben, bevor ihr T6 bekommen könnt, T6 haben, bevor ihr T7 bekommen könnt und so weiter und so fort. Also ein bisschen anders. Das ist aber längst noch nicht alles, was wir jetzt schon sehen können, sondern ich hatte euch in den separaten, in eigentlich jetzt inzwischen zwei separaten Videos, schon über die Veränderung bei IFE, HE-Penetration und Panzerungen berichtet. So wird jetzt hier, stellvertretend für diese Sache möchte ich einmal zeigen, dass hier die Penetration für die Sprengmunition um einen Millimeter zunimmt auf 20 Millimeter, ist bei diesem Zerstörer jetzt nicht weltbewegend, bringt eigentlich gar nichts. Aber bei anderen Schiffen wird es massive Veränderungen geben. Da lege ich euch ganz doll an das Herz unser Game Changer Video und dazu einen zweiten Teil, wo noch mal Veränderungen vorgenommen wurden, Work in Progress. Wohlgemerkt, das ist ja hier dieses ganze Video eben auch. Nur, dass ihr eben wisst, dass da standardmäßig noch einige Sachen geändert werden. Jetzt bin ich hier auf mein Profil gegangen und es gibt auch neue Wappen in World of Warships, nämlich die für die europäische Flotte. Das sind dann diese Abzeichen hier, die ihr dann auswählen könnt, wenn ihr dann 25 Gefechte gewonnen habt oder 50, immer auf der Stufe 8 bis 10. Und das hier ist dann das Top-Abzeichen, wo ihr 100 Gefechte gewinnen müsst mit europäischen Schiffen und danach habt ihr dieses Emblem. Ist ganz gut gelungen, auch wenn es jetzt irgendwie, naja, mit dem Brot passt irgendwie nicht. Das könnte was Blaues sein müssen, meiner Meinung nach. Am 4. April wird es einen Clanbräu geben auf der Stufe 10. Hier ging vier und von jedem Schiffstyp kann nur einer teilnehmen, also ein DD, ein Kreuzer, ein Schlachtschiff und ein Flugzeugträger. Also sind keine zwei DDs möglich zum Beispiel. Also muss von jedem Typ ein Schiff dabei sein und fertig ist der Lack. Darüber hinaus findet King of the Sea statt im März-April. Ich weiß gar nicht genau wann, aber es wird natürlich eine Sammlung im Spiel geben, das erste Mal eigentlich. Und die wird dem King of the Sea-Turnier so ein bisschen gewidmet. Ihr hattet ja am Anfang gesehen, dass ihr nach 10 Tagen den ersten Container bekommen könnt, wenn ihr euch jeden Tag einloggt und damit die Sammlung dann losstartet. Wie sie dann weiter gesammelt werden kann, habe ich aktuell noch keine Ahnung. Also wird jetzt hier auch nicht gezeigt. Man sieht halt nur die netten Symbole, die so ein bisschen angelehnt sind an diese ganzen Erfahrungen, als ob als Zuschauer, als Zocker, Torpedos im Wasser, also eine ganzen netten Sachen, so ein bisschen Comic-mäßig. Mal gucken, was es dann dafür für Errungenschaften gibt, ob man da irgendwie dann wahrscheinlich Tarnungen freischalten kann. Das wurde ja vor einiger Zeit mal ausgeschrieben. Ein Wettbewerb, wo man da Tarnungen designen konnte, da gab es jetzt den Gewinner. Möglicherweise wird sowas dabei sein. Genau weiß ich es nicht, das ist auf dem PTS hier nicht zu erkennen. Zu meiner persönlichen Freude ist der Hafen Cipango endlich wieder im alten Design im Spiel verfügbar. Es gibt jetzt wieder die Frühlingsversion mit den Kirschblüten, die hier durch die Gegend fliegen. Es ist jetzt ein bisschen beter geworden, also Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, eins von beiden wird es hier sein. Aber der Hafen hat jetzt nicht mehr diese eisige Variante, die ja hier anderthalb Jahre Einzug hielt. Ich freue mich darüber sehr, begrüße ihn recht herzlich. Könnte also durchaus mal passieren, dass er dann auch mal von dem Hafen irgendwie streamet zumindest. Sonst ist mir das eigentlich ein bisschen zu dunkel, um vom Schiff hier ein bisschen was zu zeigen. Auch der Hafen New York ist wieder dabei. Er ist jetzt wieder entkleidet worden von Weihnachten sozusagen. Alles wurde abgehängt. Und wir haben jetzt hier wieder einen normalen Hafen. Wie auch in Cipango ist jetzt hier der Hafen in HDR verfügbar. Weil man sieht es gleich, dass viel mehr Kontrast sichtbar ist auf dem Wasser in den Gebäuden allgemein. Wie das hier so wirkt, das Sonnenlicht spielt halt jetzt hier eine Rolle. Finde ich auch hier wieder gut gelungen. Wenn man so will, der vierte, naja, die vierte Veränderung bei den Häfen. Haben wir jetzt hier Hawaii. Auch hier wurde ein bisschen was geändert. Und zwar wurde der jetzt hier auch HDR-tauglich gemacht. Die Wolken ziehen hier übers Wasser. Ein bisschen die Schattierung. Also auch das ist deutlich realistischer als vorher. Ich mag jetzt Hawaii als Hafen jetzt nicht unbedingt so doll. Aber das ist ja jedem selbst überlassen. Darüber hinaus sind nicht nur Hafen geändert worden, sondern eben auch Karten. Karten, also Eisinseln zum Beispiel, Tränen der Wüste sind geändert worden, Bergkette. All so eine Sachen, da seht ihr dann nachher noch ein paar Bilder zu, so ein paar Impressionen, die ich euch von den Karten dann so zeigen möchte. Außerdem war ja eigentlich angekündigt, dass es noch einen neuen Kapitän in World of Warships mit dem Update geben könnte. Einen einmaligen historischen Kapitän, nämlich Jerzey Swirsky. Wir haben euch den in einem anderen Video schon mal so ein bisschen vorgestellt. Da kann ich euch jetzt aktuell nichts zu sagen, ob der wirklich in dem Update kommt oder nicht. Dazu gibt es keinerlei Ankündigung und wir konnten den hier auch nicht auf dem PTS aktuell testen. Darum kann ich hier die Einblendung eben nicht zeigen. Und jetzt schicke ich euch auf die überarbeiteten Karten und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder im Hafen im Fjord. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ich euch aber abschließend noch zeigen kann. Ist, da jetzt die Tarnung infernal auf Flugzeugträgern zu benutzen ist. Das war nämlich vorher nicht der Fall, dass man dafür, dass die für Flugzeugträger freigeschaltet waren. Jetzt ist es eben möglich. Und auch die Neujahrstarnung kann jetzt auf T8 Flugzeugträgern genutzt werden. Dazu wurden dann ein paar Sachen angepasst, damit es endlich vernünftig aussieht. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein von dem PTS Gameplay hier. Ich denke, es sind wieder so ein paar spannende Sachen dabei. Also von der Optik her auf jeden Fall. Und man müsste dann ja halt sehen, genau wie die Sammlung nachher läuft und so weiter. Aber wir können uns auf jeden Fall freuen. Man kann auch gespannt sein, ob irgendwelche Premium-Schiffe oder irgendwas da schon demnächst, zumindest im nächsten Update oder im zweiten Update dann von den Paneuropäern dann irgendwie reinkommen könnte. Wir haben ja gerade Work in Progress diese Orkan mit dabei und so. Also von daher können wir wirklich sehr gespannt sein. Ich hoffe, das Video hat euch so ein bisschen einen Eindruck vermitteln können. Wenn dem sie ist, Daumen nach oben da lassen, Abo klicken, Glocke drücken. Gerne weiterempfehlen, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hier auf dem Kanal. Bis, sagt euer Siekrautsteam und Andi. Bis denn, ciao, ciao. Tschüss.